Du führst Selbstgespräche. In der Wissenschaft ist man der Meinung, dass es gut ist, sich selbst reden zu hören. Wenn du dich selbst laut etwas sagen hörst, hat das eine andere Wirkung auf dein Gehirn, als wenn du es nur liest oder denkst. Diese Angewohnheit wird mit Bescheidenheit, emotionaler Stärke und abwägender Entscheidungsfreudigkeit in Verbindung gebracht. Wenn du also gerne mit dir selbst redest und deine Absichten klar zum Ausdruck bringst, bist du wahrscheinlich jemand mit hoher emotionaler Intelligenz. Mann, bin ich ein guter Sprecher. Das hast du gut gemacht, Sprecher. Dankeschön. Du führst ein handgeschriebenes Tagebuch. Vielleicht bist du zu schüchtern, um laut mit dir selbst zu reden, aber du liebst es, deine Gedanken und Gefühle in ein Tagebuch zu schreiben. Tagebuchschreiben ist ein therapeutischer Ansatz, um deinen Verstand klar zu halten und auch, um deinen Fokus und deine emotionale Intelligenz zu erhöhen. Deine Emotionen und Gedanken auf ein Blatt Papier geschrieben zu haben, kann dir helfen, deine eigene innere Welt und andere Menschen klarer zu sehen. Außerdem hilft das Schreiben mit der Hand schneller zu lernen und neue Informationen abzuspeichern. Denn die mit dem Lernen verbundenen Hirnregionen sind aktiver, wenn du mit der Hand schreibst, anstatt auf die Tastatur zu tippen. Du liebst Musik. Singen zu lernen oder ein Musikinstrument zu spielen, verbessert die Hirnfunktion und kann den IQ um sieben oder mehr Punkte erhöhen. Das Hören von Instrumentalmusik wirkt sich auch nachweislich positiv auf deine emotionale Intelligenz aus und setzt das Glückshormon Dopamin frei. Klassische Musik hilft, das Denken zu klären und macht Aufgaben wie Lernen und Arbeiten viel angenehmer. Du beschwerst dich respektvoll. Dir ist es nicht unangenehm, dich auf respektvolle Art zu äußern, wenn du merkst, dass etwas nicht stimmt. Diese Gespräche können an deinem Arbeitsplatz, draußen oder zu Hause in deinem engen Kreis stattfinden. Auch wenn es den Anschein hat, dass es dir Spaß macht, dich zu beschweren, zeigt es, dass du dir deiner Umgebung bewusst bist und achtsam mit ihr umgehst. Du erkennst, dass negative Dinge auch einen Einfluss auf andere Menschen haben können, nicht nur auf dich. Das gibt dir das Gefühl, dass du dich beschweren musst. Dein Engagement zeigt, dass du verantwortungsbewusst bist, um eine Führungsrolle zu übernehmen und du Katastrophen verhindern kannst, bevor sie entstehen. Selbstbeherrschung ist dein zweiter Vorname. Was haben sich deine Eltern dabei gedacht? Kannst du leicht den Teller beiseite schieben, bevor du zu viel isst? Die Fähigkeiten, Versuchungen zu widerstehen und Geduld zu haben, sind Zeichen einer hohen Intelligenz, besonders bei Jugendlichen. Menschen, die intelligenter sind als der Durchschnitt, haben eine größere Selbstkontrolle, vor allem was ihre Ernährung angeht. Mist. Sie wissen, wie sie ihre Emotionen und Impulse kontrollieren können, um Schaden zu vermeiden. Sie arbeiten auch aktiv an Lösungen von Problemen, die sie stören. Tatsächlich ist Selbstbeherrschung einer der Schlüssel zu einem gesunden und reifen Lebensstil. Du kaust an deinen Nägeln. Nägelkauen ist nicht nur ein Zeichen von Ängstlichkeit, sondern auch von Perfektionismus. In der Wissenschaft wurde herausgefunden, dass beruhigende Angewohnheiten wie Nägelkauen und an der Haut herumfummeln tatsächlich mit innerer Unzufriedenheit zu tun haben. Menschen, die extreme perfektionistische Tendenzen haben, leben bewusster und haben hohe Standards, was mit einer höheren Intelligenz verbunden ist. Im Gegensatz dazu, Menschen, die nicht intelligent genug sind, um zu merken, dass sie ihre Situation verbessern könnten, stören sich nicht so sehr daran und leben ihr einfaches Leben ohne Nägelkauen. Du genießt das Alleinsein. Wenn du nicht ständig in Gesellschaft sein musst, um das Leben zu genießen und dich vollständig zu fühlen, ist das ein Zeichen für hohe emotionale Intelligenz. Im Gegenteil, du magst es, von Zeit zu Zeit mit deinen Gedanken und Ideen allein zu sein. Deine eigene Agenda ist interessant und befriedigend genug, sodass du nie Angst hast, irgendwas zu verpassen, wenn du nicht an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnimmst. Du hast auch nur wenige enge Freunde und bewachst deine persönlichen Grenzen sehr genau. Und du respektierst die Privatsphäre anderer Menschen genauso wie deine eigene. Du erkennst deine Grenzen. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass je intelligenter jemand ist, desto weniger neigt diese Person dazu, zu behaupten, alles zu wissen. Der psychologische Dunning-Kruger-Effekt beschreibt, dass Menschen mit geringeren Fähigkeiten sich oft überschätzen. Daneben unterschätzen oder überschätzen Menschen mit höherer Intelligenz ihre Fähigkeiten nicht und sie bleiben offen, um Neues zu lernen. Du kaust Kaugummi. Kaugummi-Kauen scheint direkt mit besseren Leistungen in Tests und Gedächtnisaufgaben verbunden zu sein. Es erhöht die Aufmerksamkeit, wodurch du bei Aufgaben, die eine kontinuierliche Überwachung erfordern, länger konzentriert bleibst. Außerdem verbessert es die Konzentration bei visuellen Gedächtnisaufgaben. Tägliches Kaugummi-Kauen kann also dein Gedächtnis und deine Aufmerksamkeit erhöhen. Aber wenn dein Kaugummi Zucker enthält, besteht das Risiko, dass du Karies bekommst. Kaust du aber zuckerfreie Kaugummis, regt das die Produktion von Speichel an, was wiederum gut für deine Mundgesundheit ist. Du kannst gut tanzen. Diese Eigenschaft bezieht sich auf die kinästhetische Intelligenz oder in anderen Worten, du bist körperlich intelligent. Das bedeutet, dass du mehr mit den motorischen Fähigkeiten deines Körpers verbunden bist und eine bessere Koordination hast. Tanzaktivitäten verbessern auch die Hirnfunktion, fördern das Gedächtnis, reduzieren Stress, erhöhen den Spiegel des Glückshormons Serotonin und helfen dabei, neue neuronale Verbindungen zu entwickeln. Vor allem solche, die am Langzeitgedächtnis und der räumlichen Wahrnehmung beteiligt sind. Also, wenn du das nächste Mal in ein Tanzstudio gehst, denk dran, dass dein Hobby nicht nur Spaß macht, sondern auch gut für dein Gehirn ist. Du hast eine gerade Wirbelsäule. Eine korrekte Haltung sorgt für das richtige Zusammenspiel des zentralen und autonomen Nervensystems. Das schafft die richtigen Voraussetzungen für die Entwicklung der körperlichen, emotionalen und kognitiven Intelligenz. Eine korrekte Haltung gibt dir das Gefühl von innerer Kraft und du fühlst dich in deinem eigenen Körper wohl. Wahrscheinlich genießt du es, auf harten Untergründen oder auf rückenfreien Stühlen gerade zu sitzen. Außerdem kommst du damit klar, lange Zeit gerade zu stehen. Eine korrekte Körperhaltung ist in der Regel entweder eine natürliche Gabe oder das Ergebnis von regelmäßiger Yoga-Praxis, Kampfsport, Massage oder Pilates. Du schläfst genug und hast lebhafte Träume. Du nimmst den Schlaf als eine deiner Pflichten wahr und vernachlässigst dieses natürliche Bedürfnis niemals. Und das ist ziemlich klug, denn zu wenig Schlaf oder zu viel Schlaf wirkt sich negativ auf deine kognitiven Fähigkeiten aus. Genug Schlaf hilft, einen hohen IQ zu behalten, Impulse zu kontrollieren und bewusster zu sein. Das bezieht sich auch auf lebhafte Träume. Der Prozess des Träumens hilft dem Gehirn die Lernfähigkeit, die Visualisierung, das Gedächtnis und die kreativen Fähigkeiten zu verbessern. Genug Schlaf hilft dir auch, eine schwierige Situation im Voraus zu proben, mit Ängsten umzugehen oder auch den kreativen Durchbruch zu schaffen. In der Wissenschaft, im Autoren- und Musikbusiness entstanden viele Ideen für Meisterwerke im Schlaf. Manjalev sah eine vollständige Visualisierung seines Periodensystems der chemischen Elemente. Stephanie Meyer schrieb ihr Bestsellerbuch Twilight, nachdem sie einen lebhaften, romantischen Traum über die Liebesgeschichte zwischen einer jungen Frau und einem Vampir hatte. Paul McCartney behauptet, dass er einen der populärsten Songs der Beatles, Let It Be, in einem Traum hörte und ihn nach dem Aufwachen aufschrieb. Also leg dein Notizbuch und einen Stift neben dein Bett. Vielleicht erscheint dir noch in dieser Nacht eine bahnbrechende Idee. Du hast nur wenige Freunde Es wird angenommen, dass klügere Menschen unabhängiger sind. In der Vergangenheit waren Menschen auf größere Gruppen angewiesen, um gemeinsam zu jagen und Probleme zu lösen. Aber heutzutage sind wir weniger abhängig, besonders hochintelligente Menschen, die ihre Probleme alleine lösen können. Deshalb haben sie auch weniger Freunde und kleinere soziale Kreise. Sie kümmern sich mehr um die Qualität dieser Freundschaften. Dein Liebesleben könnte besser sein. Obwohl Menschen oft sagen, dass sie sich einen intelligenten Partner wünschen, zeigt eine Umfrage, dass der IQ dieses wünschenswerten, perfekten Partners 120 nicht überschreiten sollte. Menschen mit höherer, kognitiver Intelligenz neigen dazu, Bedenken über soziale Fähigkeiten und Kompatibilität zu äußern. Das bedeutet nicht, dass intelligente Menschen zwangsläufig schlecht im Umgang mit anderen sind, aber diese Zweifel könnten sie davon abhalten, sich auf ein Date einzulassen. Gleichzeitig finden Menschen emotionale Intelligenz ein bisschen attraktiver als kognitive, weil die emotionale Intelligenz eine Beziehung mit Empathie und Akzeptanz füllt. Wenn dein IQ also hoch ist, aber dein Dating-Leben besser laufen könnte, solltest du vielleicht deine brillanten Forschungsfähigkeiten nutzen, um deine Emotionalität etwas genauer zu erkunden. Es sei denn, du bist nicht interessiert, weil noch so viele ungelesene Bücher und unentdeckte Geheimnisse auf dich warten. Du stellst dumme Fragen. Hochintelligente Menschen lesen gerne. Das ist ein Fakt. Aber intelligent zu sein bedeutet nicht nur die Fähigkeit zu haben, Informationen zu konsumieren, sondern auch neugierig auf andere Menschen, Kulturen, Tiere, Geschichte und die Welt im Allgemeinen zu sein. Wenn du keine Angst hast, dumme Fragen zu stellen wie wer, was, wann, wo, wie, warum und was wäre, wenn, dann bist du wahrscheinlich schlauer als deine Mitmenschen, die sich sicher sind, schon alles über das Universum zu wissen. Du gibst dich nicht mit Halbwahrheiten zufrieden und hinterfragst immer wieder alles und treibst so den Fortschritt in dieser Welt voran.